Hallo und willkommen zu Minecraft Varios Neufolge Neues Glück. Ihr hört andere Audio Quali, man hat wahrscheinlich auch die Tastatur und so weiter und wie kann man es nicht hochstellen sich jetzt? Ist egal. Ist egal. Ich bin nämlich nicht zu Hause, sondern also nicht in der WG, sondern richtig zu Hause und zack, deswegen am PC meines Bruders. Ist auch nicht mein normales Tastaturpack ist jetzt alles ein bisschen anders und wir hoffen mal, dass niemand joint, denn wir müssen umziehen. Ja, was gibt es? Corona-Ferien wahrscheinlich und wir, ich glaube heute ist jemand gestorben in einem Kampf, da gab es irgendwie ein bisschen Stress. Aber sonst ist nichts extremes Spannendes passiert. Alter, guck mal wie nah wir am Border sind. Wir sind der Border. So, was machen wir? Was machen wir? Tiere. So, erstmal Tiere töten, dass wir mehr Essen haben. Dann einen neuen Unterschlupf suchen am besten. Okay, irgendwie wird es nicht angezeigt. So, ich weiß nicht, ob das in den Textabdeck normal ist. Auf jeden Fall, ja. Oh, hier war schon jemand anders. Ich glaube, jemand wollte mit uns ballern. Hat uns aber nicht irgendwie so richtig erwischt. Oh nein. Natürlich jetzt bitter. Ein Lava-Eimer ist weg. Das ist also ein Eimer an sich. Äh, Q mitnehmen. Morgen, die Folge wird auch noch mit den Settings hier gemacht. Und danach wieder mit normalen Standard-Sachen. Ja, deswegen ist auch die Folge ohne Intro und Co. Nur die Folge. Damit müsst ihr aber lieben. 1, 4. Ne, das geht nicht. Dann spielen wir mit Default. So, Schweine. Nehmen wir mit. Holz nehmen wir mit, dass wir wieder runter können. So, wir fahren mal einen halben Stack. Das müsste ewig reichen eigentlich. Halber Stack Holz. Oh, nee, nee, nee. Ich habe eine Idee. Wir fahren jetzt Äpfel. Wir haben zwar noch nicht viel Gold. Aber das schadet ja nicht. Äpfel zu haben ist immer gut. Oder fahren wir... Ne, 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 ne. Wir haben ja noch nicht mal die Rüstung. So, das reicht. Hier nicht. Irgendwo, wo man richtig runter kann. Man darf ja zubauen. Also so ist es nicht. Oh, das Zuckerrohr nehmen wir mit. Das sieht aber angepflanzt aus, als ob hier jemand noch ein bisschen Zuckerrohr fahren wollte. So finde ich sieht das hier ein bisschen aus. Äh... Gibt es eine Stelle, wo man sich einbauen kann? In dem Berg? Ne, sieht nicht so aus. Hier vorne aber. Oder hier unten. Sehr schön. So, da, nach unten. Wir fackeln, nein. Tja, aber das geht halbwegs. Wir machen gleich fackeln, wenn wir unten sind. So, 53. Gut. Sieh, das ist, ob wir die Folge überleben. So. Ja, das schaffen wir. Runter. Das ist ganz entspannt hier. Ach, Minuten noch. Also zeitlich schaffen wir es auch ein bisschen. Vielleicht finden wir da unten nochmal die aus. Was ich aber bezweifle, aber man kann ja hoffen. Malen... Du. 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 Das wird niedriger, dass auch die höhere Koordinator sind, bauen wir uns in die Richtung. Ich höre Lava. In die Richtung. So. Damit haben wir Wasser. Was ganz wichtig ist da unten. Dias, starkes Ding. Den können wir erst abbauen. Stark. So. Dann Ofen geklatscht. Oh. Ähm. Wir brauchen Kohle. Das ganze dann Kohle. Schöne Stelle. Zwölf. Zwölf. Das wäre. Ja. Ich weiß was wir machen. Da. Ja. Was ich einfach. Oder? Ja. Wissenschehen. Du hältst Du. Schöne. Der ist ein Messer? Geht das denn? Ja. Ich weiß es ist kein Messer. Ich bin nicht hier. Ah, da ist das Hähnchen, was wir gesucht haben. Ah, das, das, das. Die, die, und das Leder haben wir noch. Zwei neue Bücher können wir nämlich machen. Machen wir natürlich. Nichts, was wir brauchen. Gehen wir auf Harn. Ja, auf Harn nicht. Schutz auf. Schärfe, wichtig. Und komm. Schärfe, stark. Starkes Ding. So. 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 Dann können wir das abbauen. Wie da ist das zusammen machen? Fünfe. Okay. Eisen, Lapis, Gold. Dias, Essen, Essen. Mit nach unten, Holz, Redstone, Lavaeimer, die Knochen, Schilder, Öfen, Federn, zack. Äh, noch was? Ne. Ne, da ist keiner dranbleiben. So. So. Dann machen wir das mal Richtung Spawn. Ein bisschen tiefer noch. Denn eins wird man jetzt Richtung Spawn. So. Und machen wir das nächste Folge weiter. Oder wir gehen in die nächste Schlacht. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. Nehmen wir mit. Gold ist auch immer gut. Ja, dann gucken wir uns die Hürde hier noch an. Gold. Die Folge läuft doch bisher. Wenn wir gleich gekickt werden. Dann gehen wir ein bisschen. Und hier mit der Sünde. Die Folge geht es in der Räulein. Und hier. Und hier. Und hier werden wir heute noch mal schauen. Und hier. pawbel. Und hier. Und hier. Also das. Und hier. We're mit der Sünde. Und hier. Und hier leben. Und hier. Und hier. Also. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier weiter. Hier werden wir noch gleich gekickt. So, das war's mit der Folge, hau da rein, lasst einen Like, wenn es euch gefallen hat und ciao, ciao, relativ erfolgreich heute.